So, weiter geht's. Was haben wir denn hier schönes? Wir nehmen den Honda hier, haben wir hier Bock drauf, das Auto gerade, so, äh, Lackierung, und wir nehmen unsere Standardlackierung. Und dann geht's ins Mixerin. So, wieder Time Attack, drei Runden. So, wieder Time Attack, drei Runden. Christen, was erwartet uns? Ah, tut mir leid, die Rennleitung ist bereit für den Start. Ja, gut. So, drei Runden zeige ich jetzt, um die Runde zu setzen hier. Hier geht aber gut auf der Wagen hier. Klar, die Runde muss sitzen. Hier ist nichts mehr mit Pulsationen. Oh, der erste, der sich hier weghaut. Da ist seine erste Runde schon mal am Arsch. Aber schön konzentriert, dass man nicht hier den Nächsten sind. Der wird's aber nicht vorbeilassen, hierher tammern. Schön hin an unsen. Oh, jetzt hätte er nicht die Kollegen sitzen. Momentan sind wir zwischenzeitmäßig die schnellsten. Da will er uns nicht dabei lassen, wenn wir da mal ein bisschen besser machen können. Das hat wieder Zeit gekostet. Ah, wieder so'n scheiß Dreher, damit ich die Runde definitiv am Arsch. Scheiße. Was mache ich halt noch? 14. Und das ist es halt, ne? Nur der Fehler kurz vor dem Ende und das Auto dreht sich. Ich hoffe, dass es die Handbremse war. Dann bin ich auf die Kreistrasse gekommen, ich war mit dem Controller. Scheiße. So. Gut, dann, äh, so, bei dem sind wir, bei dem ist wir jetzt ran, ne? Und, da kommen wir nicht vorbei. Der Zweite wird sich jetzt nicht erinnern, da wir, äh, da haben sich jetzt die Zeitung alle die 15 schnellste Zeitbar. Das ist noch eines aber ohnehin. Jetzt will ich jetzt im Moment schon mitnehmen und schnell zur Runde. Da haben wir sie. Ja, wir wollen uns nicht vorbei lassen, der Kollege hier. Muss er da aber jetzt. Oh, wir fliegen Teile ohnehin, ne? Und der Wagen ist raus. Unter dem Kollegen, klasse. Der hat sich leider verabschiedet. Soll ich vielleicht keine Zeit mehr sitzen können, da liegen noch mehr Teile. Da ist wieder leider nie wieder gefeiert, ne? Und jetzt ist es. Dann haben wir über die Zeit gesetzt. Jawoll. Dann haben wir über die Zeit gesetzt, jawoll. So. Rein, rein. Dann haben wir's. Wieder drei Runde. Hier geht's auch um die Schaltze Zeit zu setzen. Und wir starten wieder von drei. Das wird wohl noch ein Happen. Entschuldige. Es ist gleich soweit. Mach auf. Ich würde jetzt jetzt relativ weit vorne starten. Ja, muss ich kein Fehler machen. Wir können schön in den Schott. Boah, Alter. Ja, der will nicht. Der wird sich nicht vorbeilassen. Jetzt fangen wir an. Und jetzt hätten sie nicht lange. Ja, jetzt gibt's halt mal so eine Phase, die es heute zu folgen gibt. Letzte Runde. Jetzt kommt ein bisschen. Ja, das ist halt so. Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Also bin ich hier. Ja, aber... Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Das ist hier. Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Und ich bin ein paar Jahre alt. Das ist ein paar Jahre alt. So, beruhnen wir auch nicht. Egal. So, wir sind durch. Bis seit passt. So, wir sind durch. Das gibt's morgen.